Roter Block? Wo komme ich da raus? Was passiert, wenn ich den roten Block da hinten benutze? Wo komme ich dann raus? Hm. Ich weiß, wo unter dieser Treppe hier entlang. Ich gehe jetzt mal nur die roten Röhren. Ja, ich wollte hier lang. Oh, jetzt bringt mir die Karte irgendwie was. Hier lang. Nein, jetzt war ich mal ganz knapp und zack. Hier lang. Warte mal. Ich habe die grüne Röhre hier gar nicht benutzt. Bin ich gerade richtig? War ja klar. Hm. Dann, dann, dann. Okay. Grüne Röhre. Ich habe damals ja nur die rote benutzt. Also vor ein paar Minuten. Hm. Es bringt nichts. Rot. ias? Hm. Man. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020